So, herzlich willkommen zum 91. Let's Play von Kingdom Hearts zum Ruh. So, und da ist Sephiroth, den wollen wir jetzt natürlich platt machen, dann kriegen wir da drei Flags als Bonus. Zumindest wollen wir es versuchen. Ja, ansprechen. Wie geht's Cloud so? Keine Ahnung. Übrigens... Ihr drei. Wer seid ihr? Wow! Vorsicht mit dem langen Etwas. Ich weiß nicht recht, ob wir dir was sagen sollten. Vorsicht mal. Sieh an. Das ist ja ein überaus Runde, wenn ich so erhebe oder kann. Das Schlüsselschwert. Verstehe. Das ist also ein Schlüsselschwert. Und du bist wohl sein auserkorener Träger. Und das, wenn das so ist? Ich weiß nicht, ob es sich anders überlegt. Sobald ich dich besiegt habe. Show me your strength. Und das ist einer der schwersten Gegner. Das ist einer der schwersten Gegner, ja? Sehr viel war's. Der war so eine Fingermacht. Eins. Ziemlich hartnäckig, ja. Ja. Aber durch den Abschlusskombo ist das schon relativ gut. Aber dann setzt du gleich ein paar Füße auf Fakt ein. Hier hätte ich zum Beispiel die Bersacke vom Monocent. Ui, boah, der hat schon nett und mein Mund taucht. Oho, das ist echt. Ey, die Mucke war ja. Ja. Das ist einfach nur episch. Das ist auch die Originalmusik von der Zeit. Das ist halt auch. Sobald Cloud und sein Team wie die Hand antreten, fanget ihr auch. Oh, das ist allein. Für was hat denn Weg! Erst jetzt gesнул zu Nacht. Sass mich dort chínhig! Der sagt, sie ist wirklich Mut! Die Saison mit seiner Bank! Die Saison mit seiner Bank! Ja, da. Ja, da. Noch zwei Beine, klar, tschau. Die letzten Beine. Auf, au, 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 au... Mama mia! Unser letzter Ball, du hast gewonnen! Der ist wirklich hartnäckig, der Gegner. Eigentlich weiß man den eigentlich nach dem Boss machen, aber... Na, was sagst du jetzt? Ich gebe zu, du bist stark. Aber Cloud ist offensichtlich der Einzige, der mich auslöschen kann. Wir wollten dich nur besiegen, wir wollten dich nicht auslöschen. Sag Cloud, er soll kommen. Sag ihm auch, Sefiroz möchte es beenden. Ja, und von den Krimessen hat heute eine Silbertrofäe und eine Drei-Fleiß dabei bekommen, aber insgesamt gibt es sieben Drei-Fleißen. Ja, nur die siebte, die kriegt Ender nicht so schnell hin. Die sieben Seite schon hier hat, wie fast ein glücknahen Boss bekommt man die Einflügeliger Engel-Trofäe halten. Ja, das ist ja auch der Titel von Sefiroz. Ja. One-Winged-Angel. Jo, so. Sefiroz ist besiegt. Aber hier so... Hä? Immer noch was? Ich glaube, du musst das auch noch mit Cloud sagen. Ah ja, genau. Sefiroz hat dich doch gebeten, Cloud zu sagen, er soll hinkommen, dass Sefiroz es beenden möchte. Ja, da muss ich hier rein. Können wir hier noch mit reinmachen, das Video war relativ groß. Ja, war ja nur der Kampf gegen Sefiroz. Genau, dann kam nicht nur noch der einen Spieler an ihm weg. Also hier, erstmal überlegen, wo der noch mal war. Ich vermute stark, da wo es in die Welt von Tron geht. Ich vermute stark, da wo es in die Welt von Tron geht. Ich vermute stark, da wo es in die Welt von Tron geht. Ich vermute stark, da wo es in die Welt von Tron geht. Oh nein, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Nein, nicht bei Merlins Haus. Bei mir müssen wir den umweg mal benauen. Es war ja okay. Vermutigt nur, dass Heid sich hier befindet. Ähm, geht auf den schnellsten Weg jetzt weiter. Ich weiß, die sind ja sowieso aufgelaufen, da muss man ja nichts mehr trainieren. Not really. Ein Donnerstein, weil wir ein Glitzer machen. Nee, ein Pikachu. Also jetzt ein reitender Schuh. Ja. Das Sicherheitssystem ist jetzt nur in den Kämpfen, nicht mehr, wenn man hier nochmal rumläuft. Naja. Sideway. Torridore. Keine Lust zu laufen. Nee. Kann man doch mal durch den Skate vor. Plupp. Voll reingeskatet. Ja. Man kommt bei hier, aber... Das sieht heftig aus. Aber sowas von... Puzzleteil? Aber das ist schon immer hier. Na klar. War das schon immer hier? Na klar. Ja, das sieht. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. für ein pauschal ist also verbraucht das ding hat 3 ja das ist das schwächste aber es kette sehr gut jetzt rika 2 davon das ist hilfe ich habe das gefühl ich lehre mich eben wir haben uns sicher nur verpasst ich werde ihn schon finden hey wo bist du cloud nachricht für dich von 24 definitiv nicht das definitiv nicht aber da ist das könnte nur ein lager scheiß das nicht also irgendwo muss doch cloud sein das ist jockey stimmt der sagt auch nichts berlin bestimmt nicht nicht dass man den ersten posten hat oder was ich bin mir jetzt auch nicht mal sicher hm ich gehe mal oben links gut das ist eine große ne ja ja klar dieser kleine kratzer ich habe keine ahnung da ist er auch ja da ist er doch auch cloud ja da unten habt ihr sehr viel was gesehen ja natürlich jetzt kommt der kampf er ist in den dunklen tiefen verstehe dann ist er es jetzt wohl an der zeit es ein für alle mal zu beenden mit seiner riesigen dicken schwert laut das andere war ja allerdings ja immer hier gesehen haben das ist ja die was den es wohl nicht los ne hat er nicht aber theoretisch müssen wir das schwert bekommen haben von safe you are ja das muss ich gerne ich glaube das gibt es erst später oder erst mal das allerdings war gull ich auf mein nachfläch nö von heilbringer ist das neueste ja kriegen wir erst mal da war Ich glaube als Schlüssigwert ist das Ding auch so riesig, oder? Ich glaube dadurch gibt es das hier 7.3 Fleiße, war mir aber nicht mehr sicher. Ich weiß jetzt noch, ich hatte die 7. schon vorher. Wirklich? Ja, mehr als 7.3 Fleißen gibt es nicht. Ja, wir brauchen euch nicht mehr. Hast du meine Botschaft übermacht? Kann schon sein. Entschuldigung, die Verspätung ist safe. Und jetzt kommt noch ein Kampf. Aber da wo man nichts machen kann. Ja. Nicht von der Dunkelheit ablassen. Nicht von der Dunkelheit ablassen. Sei still. Sei still. Wie gesagt, Safi Watt ist ein First Class Soldier. So hier hat er das Ding mit Band. Das ist ein Tread. Das ist ein Tread. Und er hält das Ding so weit, als wäre es so aus Verlaufen. Mich zu besiegen ändert nichts. Das heißt du doch am besten, Cloud. Egal wie oft ich falle. Dein Dunkelheit hat dich immer wieder zurück. Wollte mich immer wieder zurückfallen. Tifa, bleib weg! Wie kann ich? Ich will dir helfen. Das kannst du nicht. Er wird nie von der Dunkelheit ablassen. Das muss er nicht. Er braucht nur jemanden, der ihn ins Licht führt. Hey! Das kann sein, Safi Watt. Aber dort, wo du nicht hinreichst. Ist das richtig? Ist das so? Sehen wir doch mal, was dein Licht auszurichten vermag. Anzack. Ey, du hast dich nicht so schnell zu fahren. Vorsicht! Wichtig. Ja, aber nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt hat das nicht. Aufhören! Oh! 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 Und weg ist er. Beide. Woher sind sie hin? Sind sie nur hin? Glaubst du, sie sind wieder zurück in ihre eigene Welt? Sie sind irgendwo anders. Cloud hat einen großen Kampf auszutragen. Er muss die Dunkelheit in sich besiegen. Schon wieder fort? Und was machst du jetzt? Weiter nach ihm suchen. Hehehe. Don't worry. Light is easy to find. Licht übersieht man nicht. Ich muss gehen. Hier. Das ist für eure Hilfe. Das ist für eure Hilfe. Ah, das darf das sein. Warte. Warte. Wann haben wir denen geholfen? Okay. Das Schwert ist. Auf jeden Fall hat Tiffa einem gerade was gegeben. Das ist das längst. Ja, da ist es doch. Fenrir. Gute Reichweite und unvergleichliche Angriffskraft. Reduziert maximale Anzahl der Schläge von Boden und Luft. Kommt um eins hat man noch schneller die Explosion. Man muss daran denken, das ist die zweitstärkste Waffe im Spiel. Gute Reichweite ist noch stärker. Aber die kriegt man nicht. Oh, das Ding wird natürlich gleich mal die legt. Hast du also genommen? Ja. Die stärksame dran. Dann legen wir natürlich wieder ein paar Haier an. Da können wir jetzt ein paar Diäter anpacken. Oder Gruppenheiler genau. Ja, das ist am besten. Weil wir machen ja zwei zum Endgegner. Deswegen. Definitiv. Der kann sich warm anziehen. Ja. Der Thomas Fenrir. Ja. Das macht sie richtig gut. Und du kriegst noch schneller die Explosion. Durch den Kombo Minus. Also nahezu perfekt. Aber jetzt hole ich schneller mal bei Pech und Schwefel nochmal rein. Ob da was ist? Ob der jetzt freigeschalten wurde? Näh nicht. Egal. Dann geht's zum Endboss. Genau. Den blauen. Oder wir müssen den Hakenlässe ansprechen. Vielleicht auch. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Das kann aber auch dein letztes Turnier sein. In dieser Arena. Kann das auch sein. Eine von den beiden Türen ist ja die Welt. Die Tür ist nach oben. Ja. Ich würde sagen erst mal, dass es für dieses Video war. Und wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Und wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Tschüss. Ciao.